In der Franziskaner Pfarrer Sankt Marien in Lienz wurde eine ganz besondere Kindermette abgehalten. Die wunderschöne Messe leitete Pater Martin. Für die musikalische Begleitung sorgte der Chor Juvenis. Die Schüler der Volksschule Süd 1 der Klasse 2a und b führten ein Krippenspiel auf. Kein Mund zu sehen, nur den Schaden. Kommt jeder nach zum Bild heran, schliegen wieder, singt und leidet an. Ja, ja du bist im Himmel. Am Ende der Messe durften die Kinder nach vorne kommen und die Kirchenkrippe bewundern. Die Kirchenkrippe bewundern.